Der traditionelle Duldeinzug fiel dieses Jahr in drohendem Unwetter zum Opfer. Denn auch gestartet ist es in Bartelmeh Duld im Landzug. In beiden Fests hätten Rotzdöffel und Deutsche Bieter zur allgemeinen Begeisterung auf. Und auch im Vergnügungspark war jede Menge los. Der traditionelle Duldeinzug fiel dieses Jahr in drohendem Unwetter zum Opfer. Der traditionelle Duldeinzug fiel dieses Jahr in drohendem Unwetter zum Opfer. Der traditionelle Duldeinzug fiel dieses Jahr in drohendem Unwetter zum Opfer. Untertitelung des ZDF, 2020